Klar, Toschi, lass dir schmecken. Okay, also, wir spielen, beziehungsweise wir testen heute Rhyme. Und es hat mir von der Grafik so gut gefallen und auch dieses Erkunden und Entdecken ist voll mein Ding. Deswegen bin ich super gespannt auf das Spiel. Ich glaube, also ich habe gelesen, dass wir zusammen mit einem Fuchs wohl auf dieser Insel oder auf dieser Welt rumlaufen. Ich weiß nicht genau, wie es ablaufen wird und wie genau da mit Rätseln im Spiel sind, aber ich bin super gespannt und drück einfach jetzt auf. Mal spielen. Mal spielen. Mal spielen. Mal spielen. Mal spielen. Mal spielt. Mal spielen. Okay. Jetzt sage ich ein bisschen. Okay, ich bewege mich mal. Alles klar, wir können schreien. Ah, okay, wir können auch schwimmen. Alles klar. Wollen wir noch tauchen? Ein bisschen. Schon wieder so ein todschickes Game. Das ist echt schön. Ah, ich bin jetzt schon besser. Ja, ich finde es super, wie er läuft. Sekunde. Aha, ist das geil. Oh, danke schön, Saffel. Da bin ich auch dafür. Ganz viel Liebe. Ist so komisch, dass ich nur den Zahnpappel. Das glaube ich dir. Schön, vor allem. Das ist super angenehm. Die verbuddeln sich. Ich kann rollen, okay. Ah, ach so taucht ihr auch. Okay. Oder sind Quallen? Kann nur nicht lang. Okay, alles klar. Es ist nicht, wie ich das gemacht habe mit dem Tauchen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, ganz viel Liebe. Und das ist sehr, sehr schön, dass es eigentlich Watschen gibt und Erklärungen, sondern dass man halt auch ein bisschen selbst herausfinden muss. Was man tun muss. Was man tun muss. Wie man es tun muss. Ja klar. Hallo. Da können wir her, ja? Wuff. Alles klar. Ah. Schön. Kann ich hier einziehen? Dann wohnen geht das. Ich folge mal den Weg. Da waren wir. Oh. 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 Wie er süß. Gott sei denn niedlich. Oh. 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 Ähm, also es soll so eine Art, ähm, Rätselspiel sein, ja. Richtig. Das ist noch nicht so recht, was ich hier nicht machen soll. Ich gehe mal da, wo der gerade eben in die Kamera hingeht. And the witness, or the witness came out of this. Dann haben wir nochmal an den Turing-Test. Turing-Test habe ich schon gesehen mal. Ähm, schon bekannt. Ah, okay. Runterspringen könnte er so gut. Das ist klar. Ah, okay. Wir müssen also jetzt scheinbar alle Füchse oder diese blauen Strahler aktivieren. Okay. Ich schaue es mir mal an. Gerne mal ab in den Discord damit. Die Murmel, auch mal hier kurze Grüße dalassen und viel Spaß beim Streamen. Die Murmel, vielen lieben Dank und grüße zurück. Okay. Alles klar. Okay. Der mag uns nicht. Verstanden. Oh, was bist du Süßes? Gelöwe. Okay. Doch, ist er süß. Und da gibt es so viel zu erkunden. Irgendwann ich darf nicht. Und da gibt es so viel zu erkunden. Und da gibt es so viel zu erkunden. Was ist denn da? Ich verstehe jetzt aber wo gehts. Hallo. Oh mein Gott, wie ist es? Das ist aber nicht, wie ich da rumkomme, werden uns aber sicher nicht irgendwie rauskriegen. Da sind die Steine, aber wie soll ich denn so weit springen? Ich werde erst mal da lang gehen. Okay, einmal rennt er wohl dagegen. Mach's gut, Murmel. Dankeschön, Kali. Das ist so süß. Okay, was haben wir hier? Früchte. Ah, alles klar. Kann ich jetzt eben das springen? Ah, alles klar. Aha. Nummer 2. Okay. Das ist so süß. Das ist so süß. Ah, alles klar. Das ist so süß. auf dem Handy gespielt. Ich habe... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Irgendein Spiel habe ich, glaube ich, bis zum Ende durchgespielt. Es war auch ein Tower Defense. Ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern, wie das Spiel hieß. Aber kurz und knapp, ich halte viel davon. Ich finde die eigentlich für so zwischendurch mal so ein Level spielen oder so echt super. Willkommen zurück, Sabbel. Hallo, Lisa. Es wird finster. Oh, wie schön. Ach so, ich kann wegen Dänen da nicht durch. So. Also, das ist corner. ... giờ, Das Spiel hab ich mir schon geholt. Das werde ich auch... Es steht auf meiner Liste, ich werde das auf jeden Fall wieder spielen. Ich kriege keine Clutcher mehr. Ne Sammel, du weißt doch warum. Doch, du kriegst auch von mir noch. Komm ich da rum? Oh, da war Ketzansammel. Na gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir weiter irgendwo noch anders gehen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie du hoch reinkommst. Hallo? Boppelschwein? Da sind wir gerade eben runtergefallen. Oh nein. Hier was? Ja, einfach nur ran. Oh doch, da... Was ist Hinsenwasser? Da waren wir noch nicht. Da gehen wir doch auf jeden Fall hin. Wenn wir hinkommen müssen, ich hoffe. Oder auch nicht. Oh Gott. Okay. Das ist noch ganz gut. Ja. Alles klar. Wo bin ich hier? Was kann ich hier tun? Alles klar. Ja, das ist schon. Oh, schön. Oh, schön. Da sind wir hier. Oh, schön. Ja, ich bin ich da. Okay. Oh, komm doch ein. Nein, kein Ghetto. Oh, was ist das denn jetzt? Hallo, hat er wohl gerade einen? Nein! Okay, nochmal von vorne. Willkommen zurück! Und willkommen zurück, Sarah! Aber der Meister fängt jetzt runter am Zocken. Alles klar, Luke, viel Spaß! Boah, das ist so ein Arsch! Also so kommen wir da auf jeden Fall, denke ich, hin. Jetzt muss ich es nur noch hintreten, da wieder hoch zu kommen. Alles klar. Was können wir jetzt damit tun? Nichts. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir jetzt damit tun müssen. Was machen wir hier? Johannztown! Was nicht mehr co-loof, wozu auch herauskommen ist. Tollertal었는데! Hoành, ob auf えjeumann ist. Denn, dass wir uns mit und auch mit StEX gehen, Ähm, ooooh, Sahan, lasst dir schmecken. Ich bin verfressen geworden, ich hab heute Mittag Macaroni-Auflauf gegessen. Ich hab zwei Tüten Chips und ich hab immer noch Hunger. Oh Gott, ich fühle mit dir, Roshi. Denkt ihr echt, ich wäre es los, euch beide zu verwechseln, bzw. euch die Namen zu vertauschen? Furchtbar. Ich mag die Animation, die er läuft. Ist voll gut. So selbstgemacht. Vielleicht komm ich da? Ich bin auch noch froh gegangen. Guck in Katar. Selbstgemachtes Avocado, alles auch okay. Ja, hab ich halt wirklich gemacht, es war ein bisschen heimlich, aber... Ja! Ja, was passiert? Was kann ich hier? Ah, war da nicht. Okay. Oh, no. Wait, stop. Oh, no. Wo wir hier gelandet sind? Oh, du warst, hast es gemacht? So was sag mir nicht, bitte. Hensch. Daja. Hallo, warte! Stopp! Don't go! Wo ist er hin? Okay. Ich mach auf jeden Fall jetzt etwas dahin. Ich bin ein Kerl, ich bin ein Bier und kann trotzdem mehr kochen als Bier anbrechen. Wow. Oh, was ist denn da? Wo komm ich da hin? Wie weiß ich. Ah. Ah, Tordes hallo! Ich will mal kurz essen, lass dir schmecken, Sven! Ich frage, muss die Tiefökels aus dem Karton oder nur aus dem Kunststoff genommen werden? Oh mann Gottn. Ich bin auch mein Loki. Alles klar, Q-Box. Okay. Jetzt sind 10 Leute noch, würde ich hier wohnen? Hm, hm, hm. War ne erstgemeinte Frage. Ähm, dann geb ich den Tipp, mach bitte niemals Pizza auf. Schauen, ob wir jetzt vielleicht was tun können. Eieieiei, ich will euch doch gar nichts Böses, ihr seid halt nur im Weg dran. Schockiert! Oh, Mensch. Ofenmast. Du konterst nicht fest. Plastikmastiknutschbrüger. Eww. Ich hab's nur einfach nicht an allen Stellen probiert. Gefühlt der Fehler gewesen, ne? Hey, Licht! Nicht so schnell! Ich komme wieder her! Ich sehe, was passiert. Ich kann mich sehr schön sideken und bein trennen. Und das te siege immer sondern frech schweatan aber auch nicht. Okay, barre revolutionärer. So teworth! Bist du nicht genauer bist. Oh! Ich muss die neu laden. Ich hab die schon neu geladen. Dreimal jetzt. Wie findet unser Lighttebra eigentlich immer so gut aussehende Spiele? Durch Suchen, Glück und Empfehlungen. Oh mein Gott. Okay, für die Switch soll das auch rauskommen. 10 Euro teurer. Oh, ich glaube das stelle ich mir da auch echt gut vor. Die Wuschel hat Ärger bekommen. Ach. Ich seh dich. Ich komme. Warte auf mich. Ja, klar. Ich hüpfe auch mal so locker flockig durch die Gegend. Alles klar. Oh, okay. Entschuldigung. Bist du in der anderen Seite? Ich bin in der anderen Seite. Nimm, nimm. Ah, hier sind wir. Ah, gucken wir an. Oh. 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 Komm da hoch. Was ist denn so dagegen denn? Oh. Oh. Ich finde, dass du einen Ordner mit Bildern verloren hast. Ach nein, Knie. Nicht gut. Unser leise Zähler schafft das. Ich gebe mir Mühe. Das wird ja wohl nicht so schwer sein jetzt. Lofsteen. Das war cool. So, ich nehme mir eben was zu essen. Mal schauen, wie lange ich brauche und was ich mir hole. Alles klar, Sabel. Lass es dir schmecken, wenn du was gefunden wirst. Ja. 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 Oh. Ach, der verschwindet dann. Alles klar. Okay. Ich muss hier. Wow. So schön. Oh Gott. Hallo, Meg. Es geht wieder. Ich vergesse mal, dass ich rufen wollte. Oh, Sabine. Oh. 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 Kommst du da bitte hoch? Ja. Oh. 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 Oh, das war verrückt. Hallo Derti! Das war's für heute. Ja, da kommt nicht mal die Räste. Also ich glaube, dass in dem Spiel hier kein Jumpscare vorkommt und ich würde mich wundern. Was steht denn da hinten? Der Mann ist jetzt hier. Oh, der Mensch im roten Kittel. Das ist mir noch gar nicht erinnern, was ich mache. Oh, ich bin jetzt hier. Jetzt kommt das Kittel, aber ich bin jetzt hier. Ja, ich bin jetzt hier. Jetzt kommt das Kittel. Ja, ich bin jetzt hier. Der Mann ist das Kittel. Ich hoffe mal, Sarah. Haltest du mich nicht? Ich weiß nicht, ob er das ist. Oh, oh, oh. Oh Das finde ich echt cool, oder? ... und zusammengefunden. Das war's für heute. 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 Ja. Was ist das für ein Fokus? Bleib stehen? Und hier? Oh, ganz schön Ich muss wohl nicht haben Nein, nicht hier in Schweiß. Ah, dann verschwinden wir das. Ah, dann verschwinden wir das. So lange die Kugel da drin ist, verschwindet sie scheinbar nicht. Aber wie freut mich denn? Hier. Das heißt, ich mache auf jeden Vereine, dass das da hoch geht. Was? Vier Sekunden, eine Sache. Ah. 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 Ach. Ah. Ach, das ist ja so. Da sollst du es hinsetzen. Nicht neifeln. Da sollst du es hinsetzen. Danke. Alles klar. Okay. Oh. Was war da? Sarah, vielen Dank für den Lut. Oh Gott. Und die Umarmung nehme ich in die Tür. Oh Gott. Sarah, vielen Dank für den Lut. Oh Gott. Und die Umarmung nehme ich in die Tür. Oh Gott. Ich bin gleich fertig. Ich habe nochmal die Schlesung bekommen. Wie lange? Ich bin sicher. Und, ich bin sicher. Ich bin sicher. Wir haben noch mal die Schlüssel bekommen. Aber was müssen wir mitmachen? Aber was müssen wir mitmachen? Da kommen wir her, glaube ich Ah, okay, wir brauchen zwei Schlüssel Okay Da gibt es noch einer Ich denke mal, da wird irgendwie von der Mitte sein Aber wir gucken mal hier Oh wow, ich krieg die Töne So, jetzt wird Pudding gegessen Lass es dir schmecken Ähm, Matt, du musst es mit G schreiben, glaube ich Und wir können Töne aus der Mitte Dann haben wir den Jungen Ihm, die Töne aus der Mitte Oh. Ah, ok. Ah, ich brauch vier Stück davon. Wo ist dieser Stein? Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. 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 Oh, das war ich. Macht er gar nicht irgendein Ding-Ding-Ding? Eher... was machte ich? Also noch bis Mitte des Jahres, dann die Binfrei-Fehler. Es war schon lange her, dass sich jemand Kanala 1 genannt hat. Wow! Ha! 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 Was das die Frogs zäh? Ich hab's nicht mehr gesehen. Okay. Eher... ... 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 Was ist das? Man wusste, was gemein war. Geh dir doch alle Trolle wieder, oh man. Indy kriegen 90 Kumi-Punkte in deinen Toastag. Das ist der Name. Du kannst nur den Planen um den Händen zu kommen. Oh, okay. Ha! Ha! Musik 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 Wollte ich eigentlich nicht leben, ist das ok. Ich erzähle, ist das ok, wenn ich auf das kann eine lange Frage so eine Geschichte und dann anschließend die Frage stelle? Ähm, ja klar, Dawn macht das ruhig. Geht's euch, Kalalami? Geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Und 19 mag es Ziel auf Discord vollzutexten. Was mach ich nun, außer zuhören und blöde Kommentare geben? Äh, ähm, Purzelbaum. Was ist das? Eine Frage kann ich? Das ist stockfinster einfach. Das ist stockfinster. Das ist stockfinster. Das ist stockfinster. Warum? Wir haben jetzt Beziella, ich habe ja mal wieder Modpacks neu entdeckt. Oh, was denn für welche? Okay. Wo steht der Mann? Ich wünsche ich immer noch gute Besserungen. Mach ein bisschen schneller. Ich mag das nicht. Traurig. Ich nehme an, ich nehme an. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Hoffentlich läuft der Heifer, wird es wieder gescheit. Hängt sie in der Stunde nicht auf? Nein, nein, nein. Alles klar, doch. Dass du krank wirst, mag ich nicht. Okay. Ich finde die Emotisch auch magisch. Aber auch noch ganz cool. Jetzt am Anfang meiner Modpack-Karriere. Oh, das war knapp. 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 Okay. Oh, das war knapp. accke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ich will die Motivation zum lieb sein. Aber du musst nicht lieb sein. Ich habe das Gefühl, ich will zwei. Andere dran gucken. Ich will die anderen dran gucken. Ich will die Motivation zum lieb sein. Wer gibt es denn davon? Wer gibt es denn davon? Roter Krieger! Vielen lieben Dank für den Follow! Dankeschön! Willkommen bei uns! Ich hoffe dir geht's gut! Wieso können wir... Schön, dass du da bist! Marc will! Der Junge läuft! Das ist genug! Das hier kommt mir in den Kampf. Das hier kommt! Ich Besuch! Ich Musik und ich mache das viel auf dem Kampf. Der Junge ist immer, den ich clone. Ich bin glücklich. 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 Amen. Hm. Das ist nicht klar. Wie dich? Wo fühlt mich die Wege hin? Wie dich? Musik 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 Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob du mich überhaupt hören kannst. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es dir gut geht und dass es bald wieder funktioniert. Wenn wir alles im Gegensatz zu sagen können. Alles klar, Don. Ich schau mal, dass ich das mir anschaue heute. So schön. ganz schön! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 das spiel ist so schön oh gott ist so schön aber das ist noch ein viel besserer zeitpunkt um das fürs erste jetzt hier zu beenden das spiel ist unglaublich schön grafik und allgemein auch die ganzen eindrücke diese ruinen und chaos mehr oder minder ist genial mir gefällt das richtig richtig gut und ich möchte es auf jeden fall weiter spielen ob ich es einfach mal irgendwo rein schieb oder ob es weiter am montag machen das weiß ich nicht kein cliffhanger ist doch kein cliffhanger wir sind am ende von dem letzten kapitel stellt sich mal ich glaube so die cliffhanger gibt es hier nicht kommen sie noch in die kaffee lobby oder gehen sie wirklich direkt in die haja ich denke ich werde auf jeden fall noch in den disco kommen aber nicht lang gut dann werde ich aber jetzt hier auch das spiel beenden und wir spielen dann irgendwann weiter den kleinen jungen der kunden weiter rime ich finde es ganz interessant die einzelnen rätsel und einfach das wie es aufgebaut ist dass man hoch das war keine absicht wie es aufgebaut ist das spiel dass du eigentlich mehr oder minder immer dasselbe hast fast also die rätsel sind größtenteils ja grundlegend gleich also dass man irgendwas verschieben soll oder diese götzen anschreien aber trotzdem hat irgendwie immer wieder was anderes gehabt und deswegen wurde es nicht langweilig fand ich ich weiß jetzt nicht wie es für euch war ich meine ihr konntet ja nur zuschauen habt also nicht dieses wo genau muss ich hingucken was genau muss ich tun aber ich glaube auch zum anschauen ist es sicherlich ein echt schönes game wenn man so ein bisschen was entspannendes braucht und ich finde das war gerade jetzt an einem montag echt gut das ist klasse eine art zelda ich hab jetzt mal angefangen gedacht weiter bitte nächste woche wunderschönes spiel sehr stimmiges und atmosphärisches spiel du hingst doch ständig an irgendeinem cliff bzw an der kante der leute auf zu spielen der chat hat mich zu caesar erklärt und dann noch die sache mit dem hunden so war montag oh hädchen also ich hab zu danken ihr wart sehr ruhig aber ich glaube das lag viel am stream am spiel und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm ich hoffe ihr konntet das ein bisschen genießen und habt jetzt noch so den montag ein bisschen abklingen lassen mich hat es unglaublich beruhigt das spiel und auch irgendwie ein bisschen ich weiß es nicht es war sehr ich weiß nicht irgendwie so genau sowas so 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 ich weiß nicht